den Rückweg nach Kalon. Natürlich nicht ohne die üblichen Unterbrechungen für Aufnahmen von der wunderschönen Landschaft des Scharenstaates. Um 17.45 Uhr erreichen wir wieder Kalon. Bevor wir aber zu unserem Hotel fahren und unser Zimmer beziehen, halten wir noch bei einem Viewpoint über Kalon und genießen den Ausblick über die Stadt. Kalon ist ein ehemaliger englischer Luftkurort mit viel Flair am Westrand der Scharenberge. Kalon liegt auf einer Höhe von etwa 1320 Meter. Häuser im Kolonialstil zeugen von der Zeit, als die Engländer hierher zur Erholung kamen. Heute wohnen etwa 70.000 Menschen in Kalon und Umgebung. Scharen, Birmanen, indische Muslime und Nepalesen. Die frische Bergluft hier in Kalon ist kühl und klar. Im Winter kann es nachts allerdings Temperaturen um den Gefrierpunkt geben. Wir erreichen unser Hotel, das Hilltop Villa Ressort Hotel. Es wurde 2002 auf einem Hügel südöstlich von Kalon errichtet. Von hier aus hat man einen wunderschönen Ausblick über Kalon und die Umgebung. Um den Ausblick zu genießen, ist es für uns allerdings heute schon etwas zu spät und finster. Das werden wir dann morgen beim Frühstück nachholen. Ja, wir machen das schon mal. Ja, weh? Kann man das erst kürzen, weh? Ja, wir machen das schon mal.